Wohl dem, vor dem wohl nicht. Der Renke Schmid frisst mir aus der Hand und die anderen werden's auch bald lernen. Und dann dieses Pack, dieses Bauernpack, hat keine Achtung, keinen Respekt. Macht was es will. War immer so. Was ist mit unseren Rechten? Letztlich reden sogar schon von Freiheit. Freiheit, diese Lumpen. Freiheit. Was wollen diese Leute mit der Freiheit? Das Volk ist überfordert mit der Freiheit. Ihr glaubt doch nicht, dass ich mir das gefallen lasse. Das alles zahl ich euch zurück ohne Gnade. Ihr endet allesamt am Strick. Fühlt ihr euch gequält? Dann glaubt mir, es ist nicht die Freiheit, was euch fehlt. Nein, was euch fehlt, das ist Respekt. Dieses Land ist nicht zu führen, ohne Terror und Gewalt. Wenn sie nicht die Peitsche spüren, dann erheben sie sich bald. Nur mit Stärke kann man siegen, nur die Härte führt ans Ziel. Um Stuttgart zu verbiegen, braucht der Starke nicht sehr viel. Auch einem Cäsar fiel der Sieg nicht immer leicht. Und doch bezwang da jedes Heer. Auch Alexander hätte nie so viel erreicht, wenn er zu weit gewesen wär. Respekt, 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 das werd ich sie lehren. Und ich peitsche sie dahin zurück, wo sie hingehören. Respekt, 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 das will diese Bauern. Doch es wird nicht lange dauern, dann bläu ich's ihnen ein. Ja, ich nehm sie in die Zange, ich krieg diesen Pöbel klein. Und wenn Mut auf einem Stand ist, soll das Zeichen dafür sein. Oder Mut soll sich verneigen, wer daran vorüber geht. Und er wird sich sehr schnell zeigen, wer in Treue zu mir steht. Ich zieh die Daumen schrauben immer stärker an, bis man mehr Hochachtung erweist. Denn wenn sich erst einmal die Köpfe beugen, dann, beugt sich auch sehr bald schon der Kreist. Respekt, 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 das werd ich sie lehren. Und ich peitsche sie dahin zurück, wo sie hingehören. Respekt, 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 das will diese Bauern. Doch es wird nicht lange dauern, dann bläu ich's ihnen ein. Wenn man Ordnung und Struktur ins Chaos bringen muss, das erreicht man mit dem Knüppel in der Hand. Seht mich an, ich bring euch diese Ordnung zum Schluss. Ich erschaff' euch ein Gehorsam stilles Land. Respekt, 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 das werd ich sie lehren. Und ich peitsche sie dahin zurück, wo sie hingehören. Respekt, 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 das will diese Bauern. Doch es wird nicht lange dauern, dann bläu ich's ihnen ein. Nein, ihr nehmt schon bald von mir Respekt. Vielen Dank! Vertrei und provee mich, wir sind Grecke venider. Und ich Dialog, ich bin sehr, 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 sehr nah. Ich bin sehr, sehr ne COPYDE chards 될 prayeramaz cámara. Und ich bin sehr leih. Ich bin sehràng. Aber ich hab ihn ein. Ich hab ihn, Jkah- whistle,我不ich. Ich bin sehr, 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 sehrください dessa Nacht. Ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt darüber. Und ich bin sehr, 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 recht du hruchar ist mir schein. Vielen Dank.